Der Andreas Caballé hat wieder aufgeregt, wobei ich glaube, der macht das mittlerweile aus Spurt. Du bist ein alter Fuchs, ich glaube, du machst dir da schon ein Spaß draus, Kollege, dass du da nur mehr Scheißdreck baust, aber in Wahrheit interessiert mich der also gar nicht. Den könnte ich ignorieren, dass er glaubt, der ist Kunde im Bauhaus oder was.